Keine Hochwassergefahr. Trotz der langanhaltenden Regenfälle am Wochenende, teilweise sind im Harz in drei Tagen 79 Liter pro Quadratmeter gefallen, ist mit einem drastischen Anstieg der Flüsse Mulde und Elbe nicht zu rechnen. Die Mulde wird laut Prognosen des Landesamtes für Hochwasserschutz eher nicht die Warnstufe 1 erreichen. Der Bezugspunkt, der in Goldsland liegt, müsse dazu einen Wasserstand von 3,20 Meter führen. Liegt im Moment bei 2,10 Meter. Für die Elbe sind Höchstwasserstände von 3,35 Meter in Dessau-Roslau prognostiziert. Die Warnstufe 1 beginnt bei einem Wasserstand von 5,50 Meter, gemessen in Torgau. Prognosen sehen dort für die nächsten Tage höchstens 2,90 Meter vor.